Hallo liebe YouTube Crew, CLPG Ralph X, der neue Kadett meldet sich um euch 30 Millionen oder wie viel auch immer hier auf YouTube sind beizutreten. Ja, ich bin jetzt ein YouTuber oder ich war schon gestern und ja, hab schon ziemlich viele Umstellungen gemacht, wie zum Beispiel ich hab schon einen Avatar, hier, da steht CLPG Ralph X drauf mit einem schwarzen Hintergrund. Da hab ich hier, ja, mein Background ist leider noch etwas nicht so toll gestaltet, aber beim neuen Design, ja, wird man das eh nicht so merken und ja, also, mein Name ist CLPG Ralph X und dieses CLP, das ist die Abkürzung für Cool Let's Player oder Cool Let's Play, wie auch immer ihr das sehen wollt und G Ralph, weiß ich nicht, was das bedeutet, hab ich mir einfach rausgedacht und X, das weiß ich auch nicht, ja. Und, ähm, mein Real Life Name ist, ähm, Lukas, meinen Nachnamen sag ich jetzt nun mal nicht, vielleicht sag ich den irgendwann noch, aber nennt mich einfach Lukas und nicht CLPG Ralph X, weil das könnt ihr euch ja auch anstrengen. Und ja, wie ihr schon daraus gehört habt, ich werde jetzt playen, ich werde eigentlich gar nichts anderes machen. Ich werde noch einen Kanal für Specials machen und noch einen Comedy-Kanal, ich weiß nicht wann der kommt, im Laufe der Zeit halt, ähm, oder halt beides in einen Kanal einfügen. Also, es wird noch einen zweiten Kanal geben und ja, Specials möchte ich nicht hier gerne auf meinem, auf meiner, auf diesem Kanal, auf diesem Main-Kanal hier haben, weil hier gibt's nur Let's Plays und ja. Also, ich hab schon ziemlich viel gemacht, ähm, hab ziemlich viele bekannte Leute abonniert, die ihr vielleicht auch kennt. Und ja, hab auch schon Kommentare geschrieben und hab auch schon mein erstes Video geladen, aber das ist eher nur ein, ähm, kleines Testvideo, wie gut YouTube meine Videos immer hochlädt. Und ja, also, da hab ich nämlich ein Video von Rayman Raving Rabbids TV Party gemacht, ja. Und welche Let's Plays könnt ihr von mir erwarten? Erstens nur deutsche Let's Plays und zweitens, ähm, nur Let's Plays von Nintendo-Konsolen, denn das ist das Einzige, was ich besitze und damit bin ich auch raufgewachsen. Aber übrigens, Leute, ich bin, ähm, 14 Jahre alt, also ich bin jung, könnte man sagen, lebe in Marbach am Neckar, das liegt in, äh, in der Nähe von Stuttgart, also in Baden-Württemberg und deshalb auch in Deutschland. Und ja, also, hab ich eigentlich alles gesagt, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ich bin ja 14 und, ja, ich weiß es, da werden jetzt bestimmt viele kommen, wenn sie schon mal ein Video bemerken, da werden bestimmt jetzt viele kommen und mich irgendwie ausbuhen, weil sie finden, dass ich zu jung bin. Aber trotzdem, ich ziehe mein Ding durch und ich hoffe, ich mach das ganz professionell für euch. Ja, und freut euch schon auf die Let's Plays, die hier auf diesen wunderschönen Kanal kommen werden. Ich hab schon ewig davon geträumt, äh, zwei Jahre schon, seitdem ich Internet hab, träum ich von meinem eigenen Let's Play Channel. Und ja, jetzt ist es endlich soweit und ich hab auch ziemlich viel geübt, ich hab ziemlich viele Test-Let's Plays gemacht und das klicke ich mal kurz weg. Ja, übrigens, meine Let's Plays verlaufen ohne Grabber oder, oder TV-Karte, weil ich es einfach nicht hab. Ich nehm mit meiner Kamera auf, mit der ich auch dieses Video hier aufnehme. Ja, und solltet ihr meine Let's Plays ansehen, könnt ihr mich gerne abonnieren, das wäre ganz nett. Ihr könnt's tun, wenn ihr es nicht wollt, dann kann ich auch nichts dafür, naja, egal. Auf jeden Fall, Leute, hoffe ich, dass ihr viel Spaß mit meinen Let's Plays habt und am Montag, dem 10.09.2012 geht's los mit Let's Plays. Also, Leute, ich freu mich auf euch. Tschüss!